Also hallo, ich bin die Steffi. Ich komme auch aus Rosenheim in der Nähe von München. Ich bin aufwachsen auf einem kleinen Bauernhof, also ganz bayerisch, ganz normal mit Kühen und Hähnern. Also ganz normal wie in Bayern eigentlich. Und ja, ich bin Bürokauffrau und arbeite auch in einem kleinen Ort in der Nähe von Rosenheim. Und wir machen jetzt kein Urlaub in Schottland. Und ja, also man sieht, wir Bayern kommen ein bisschen raus und sind viel von der Welt. Und wir reden trotzdem sehr stark Dialekt. Also wir lassen uns nicht ablenken von irgendwelchen Hochdeutschen oder von den Münchnern oder sonst was. Und wir bleiben unserer Sprache treu. Und deswegen machen wir da jetzt mit. Danke.